jo leute was geht willkommen zurück zu dark souls 2 wir sind hier das letzte mal stehen geblieben und ich bin ja ich bin gespannt alter drachentöter auch ornstein ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Ohrenstein war ja echt. Der konnte ja gar nichts. Ist das ein Gegner? Nee. Wer ist Ohrenstein? Hier ist ganz viel Rot. Soll man Hilfe? Bösewicht voraus. Gibt es hier auch ein Leuchtfeuer? Toll, gut dass Beli weg ist. Verräter der Beli. Leuchtfeuer. Aber hier geht es gar nicht weiter, oder? Ich gehe mal leveln. Aber ich bin ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. 140 Leben ist ja nix. Ich finde es cool, dass Konditionen auch Leben gibt. Fällt mir. Ach Skoppel, du kannst mir auch helfen? Ja, dann hau mal raus hier. Skoppel, dann helf mal hier ein bisschen. Was ist mit dem Dude da oben? Ist der nett oder nicht nett? Und ich brauche mal langsam neue Estos-Scherben. Ich habe nur zwei Estos, was ist das denn? Ich habe schon drei Bosse gelegt. Was ist das? Tranzient being? Das ist kein Ort für einen wie du. Grunsch. Du bist nicht... Tranzient being? Du wirst nicht... Grunsch. Grunsch. Du bist nicht weg. Der hat kein Ei, der mit gibt mir nichts. Soll ich den besiegen? Muss den Blauen Eid sein. Bin ich doch? Bin ich doch? Ich bin im Blauen Eid. Ich bin im Blauen Eid, glaube ich. Doch, doch, doch. Irgendwas hoch haben, okay. Und wo geht es hier jetzt weiter? Ich muss erst den Phantom gekillt haben. Geht es hier nicht weiter? Habe ich das Gebiet jetzt hier abgeschlossen, oder wie? Das war's. Jo, ist durch. Krass. Dann gehen wir jetzt mal weiter im Wald. Ich bin jetzt wahrscheinlich so OP für den Wald. Ich bin für den Wald jetzt so krank OP. Geil, finde ich geil. Ab in den Wald. Kannst hinterm Drachenreiter weiter. Ah, stimmt. Da können wir weiter. Das machen wir. Wie fandest du den Boss? Ja, da musst du bis zur YouTube-Folge warten. Warst ja nicht da. Lässt uns hier einfach alleine. Aber sehr enttäuschend. Ich habe da einfach First Try gemacht. Das sagt ja schon alles, oder? Ich finde allgemein, dass das Game sehr einfach ist. Ja, ich bin schon zwölfmal gestorben. Aber ich bin hier halt auch direkt in ein Gebiet gegangen, was sehr schwer ist. Was theoretisch sehr schwer ist. Und ich bin bei keinem Boss bisher gestorben. Das musst du überlegen. Es gibt nicht mehr als ein fucking Tutorial-Boss. Was ist das denn? Kloster-Amulett. Was kannst du? Ach, sehr hart. So einer ist das. Gar keine Probleme. Das ist ein Klacks für mich. Aha. Seele. Dunkle Pastellen. Heller Wade des Alten. Geil. Da gibt es ein Gebiet, was mein absolutes Hassgebiet von allen Soulsborne-Teilen ist. Hier. Oh Gott. Können wir das skippen? Musik. Fertig. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt der denn her? Aus dem Boden Ihr kennt ja wahrscheinlich alles, was hinter den Duftzweigdingern ist, ne? Ja Ich muss mir noch den Duftzweig holen bei der einen Frau da Und da müsst ihr mir sagen, wo ich den am besten einsetze Im Wald der Riesen gibt es einen Ring, der für mich wichtig ist Rein da Rein in den Wald Und ich brauche den Duftzweig War 12k? Woher 12k? Ne Hä? Wo geht es denn hier weiter überhaupt? Cooper? Ich habe eben schon versucht in Fallgeist zu gehen, aber Fallgeist ist aktuell kaputt Wenn Fallgeist wieder läuft, gehen wir rüber Es liegt also nicht an mir Kommt ein bisschen drauf an, wie lange Fallgeist noch braucht Wo komme ich denn da hin? Fallgeist geht nie wieder Muss ich hier hoch, oder wie? Aber da oben war doch eine Tür, wo ich nicht reinkam Und da ist ein Item Wo komme ich denn da ran? Kann man hier klettern oder so? Ach, guck mal, hier geht es runter Cool Wie komme ich an das Item? Hau mal gegen die Tür Kann ich einfach gegen die Tür hauen Ähm, lol Wundern Und da war ich Oh 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 Gibt es hier auch Mimik-Truhen? Da habe ich gar nicht gesehen, was da drin war wegen dem doofen Gegner. Da habe ich gar nicht gesehen, was da drin war. Da habe ich gar nicht gesehen, was da drin war. Da habe ich gar nicht gesehen, was da drin war. Ich hab inch konstruierte ist, was da drin war. Die Musik ist досчитllanisch, wird war. Das war's. Er liegt einfach auf dem fucking Boden. Ey, wie schnell man hier Sturzschaden bekommt, ist ja unglaublich. Aus jeder Höhe. Hier runter oder raus, Walter. Guck mal, da ist ein Freund. 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 Hier kommt doch der Reiter. Ich weiß nicht, wie der wirklich heißt. Da oben. Den muss ich auch auf First Try machen. Okay. Komm mal raus da bitte. Wo kommst du denn her? Hä? So, wann macht der denn? Ach, war ich nicht zwei? Da gibt es doch gar nichts, ne? Scheiß drauf hoch da. Bei mir geht Fallgeist, Goppel kannst du auch noch mal testen bitte. Alter, das mit den Pfeilen ist ja bodenlos, Leute. Bodenlos, bodenlos, die Pfeildudes, ich werd auch zum Pfeildude, ich sag es euch, ihr habt ja alle weggefeilt. Ich pfeile euch richtig weg. Und wie ich euch wegpfeile. Hey, könnt ihr jetzt mal aufhören? Da, wie komm ich da hin? Ich muss da hin. Ich muss nur umbringen. Und wie komm ich da rüber? Springen, ne? Boah, ich werde euch so umbringen. Und wie ich euch umbringen werde. Wartet ab. Oh Junge, da war, äh, da war was. Boah, dich werd ich so umbringen. Du blöder Penner. Stirb. So, wen haben wir hier? Wer buddelt hier im, im Dreck? Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kael. I'm a traveler, like yourself. Well, I'm navigating the continent to create a map. Krieg ich jetzt hier eine Karte kaufen, oder was? Well, when I, it was clear. But I, I came to this drangling. Have you seen? I'm inside the mansion. I believe, now I'm trapped. Yes, yes, wait. Then what? Were you looking for that wonderful? Then your shame on you. Here, take this. What a joy to meet a kindred spit. Incredible. Oh, I would not venture deep. But I can't be certain. But something about it filled me. Wo ist diese komische Villa, wovon der redet? Ach, Emma Jula? Wo ist die Villa? Wo ist die Villa, Kunterbund? Wo ist die Villa? Wo ist die Villa? Ja, Emma Jula, alles klar. Emma Jula beim Brunnen. Oh, du wirst jetzt so getötet, du scheiß Bogen, Bernd. Weg mit dir. Mann, machst du mich sauer. Oh. Didierer. Oh. 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 Gibt es da einen Boss? Gibt es da einen schmackhaften Boss? Und ich weiß immer noch nicht, wo es die großen Titanitscherben gibt. Die bräuchte ich beim Brunnen. So, hier gibt es drei Häuschen. Ist das Häuschen hier? Ja! Ja! Alter, wieso guckt die mich nicht an, wenn die mit mir... Diese riechen am abchillen. Will ich? Will ich? Will ich nicht? Will ich nicht? Will ich auch nicht. Die beiden will ich. Oh, Heimkegknochen, auch gut. Auch gut, Heimkegknochen. Gut, gut. Eid? Eide? Okay, hier, wenn ich 4.500 habe, hole ich mir erst wieder einen Ring. Wichtig. Na, ist das hier die Villa, ne? Sieht auch schon aus wie eine Villa. Ausschlüssel benutzt. Und, und? Ich kann nicht. Ich muss, wir sehen, wie ein Räuch Collins. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Und, und ich kann nicht. 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 Aber ich kann nicht. Ich kann... Ich colour jetzt mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. Das Gefühl, dass ich manchmal voll langsam laufe. Mal langsamer, mal schneller. Kann das sein? Ist das so? Die Seele des Ver... Ah, Verfolger heißt der Spast. Verfolger, so nämlich. Das habe ich doch wieder. Verfolger. Der Verfolger. Auch ein Vollgeist rein. Okay. Die Folge geht noch fast eine halbe Stunde. Danach versuchen wir nochmal Vollgeist. Ja, kann ich mal bitte Props haben, dass ich den First Try gemacht habe? Was macht der? Das war er nicht mehr. Erhöht körperliche Angriffe. Wow, 10 mehr Schaden. Ich warte es auch. Jetzt sei overleveled. Mach die Fässer kaputt. Mach selber die Fässer kaputt. Das ist ja ein Shortcut. Поłu became immer dikkat勤er. Ich lenne meinen Schaden. Dann gehe ich auf. Es ist das. Perf Centrum. Vers pronto. So, ich Kann ich mir den Katzenring holen? Wieso nicht? Da liegt ein Item. Liegen mehrere Items. Wieso noch nicht runterspringen? Wieso ist hier wieder zu? Naja, nicht so richtig. Das Gebiet ist zu hoch. Ich bin schon wieder am abchillen. Ist das nicht der Schock? Nein, es ist... Hallo? Jemand zu Hause? Warum antworten Sie denn nicht? Oh, Lisa. Danke dir für den Raid. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream. Schau mal, was wir hier machen. Schau mal, was wir hier machen. Das freut dich doch, oder? Mit 15 Leuten. Willkommen alle. Willkommen. Hier gibt es feinstes Dark Souls 2 Gameplay. Du arme Sau. Ja, ich werde hier gezwungen. Hilfe. Befrei mich. Befrei mich aus dem Albtraum hier. Er spielt mal ein gutes Spiel. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So nicht. So nicht. So nicht, my friend. Wie läuft's? Ah, ich bin schon 12 Mal gestorben. 13 Mal gestorben. Jeder Tod 10 Liegestütze. Hab heute also mal eben 130 Liegestütze gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich quäle mich so durch. Hab aber schon 3 Bosse besiegt. Oder 4. Das Patches, oder? Ich erinnere mich. Will ich hier rein? Der nimmt mich ja hier gefangen, ne? Wo sind meine Hände weg? Die sind heute weg. Die sind heute nicht da. Weil ich hier für Tode Liegestütze machen muss. Gibt's das heute nicht. Als ob er mich... Als ob er mir... Als ob er... What? Gemein, sagt sie. Dark Souls 2? Yes, Dark Souls 2. Dark Souls 2. Meine Community hat mich dazu gezwungen. Ich muss es jetzt einmal komplett durchspielen. Ich liebe es. Aber ich muss sagen, so ein bisschen bin ich ja gehuckt. Also, ich bin ja ein bisschen gehuckt. Und ich... Äh, ein bisschen bin ich ja gehuckt. Jetzt. Was ist das denn? Versuchen. Ja. Dafür sind die Dinger. Ja, was hier? Lu heult sich bei Lisa aus. Ja, bei wem soll ich mich sonst, äh... Ausheulen? Den brauche ich aber mal ganz dringend. Den brauche ich aber sowas von dringend. Her damit. Ey, das geht mir so auf den Sack, dass meine Ausdauer so langsam regeneriert. Geil. Scholle? Scholle? Äh, Beli? Ich habe eine Scholle. Können wir damit nicht direkt, äh... Die Waffe auf plus 10 machen? In den Koch, Lurk. Guten Hunger. Ihr habt mir auch noch nichts zu Patches gesagt. Bleib jetzt so. Was machen wir denn damit anklopfen? Anklopfen? Du verarschst mich doch hier schon wieder. So, ob man hier anklopfen kann. Man kann hier nicht klopfen. Ah! Hier ist alles so dunkel. Ich habe schon auf vollste Helligkeit, ne? Es ist so dunkel. Okay. Lebensring. Große Titanitscherbe. Der ist scheiße. Deshalb Frau wird benötigt. Alter, das ist aber pervers. Okay, angeklopft. Könnte man die Waffe auf plus... 4 machen. Ey, was hast du gegen meinen Helm? Das ist eine Feder. Das ist eine richtig geile, große Feder. Ist eine Antenne, genau. Damit höre ich euch ab. Ey, kommt runter. Wenn ihr euch traut. Trauen Sie nicht. Kommt zu euch hoch. Ihr Säcke. Bin ich denn hier? Ha, ich komm zu euch, ihr... Gannenofen. Weiß noch nicht wie, aber ich komm zu euch. Hier. Du, tot. Du. Ihr, tot. Weg mit euch. Infanteriehelm. Ne. Ah, warte mal. Was habe ich eigentlich hier? Was ist das denn? Höhlensoldaten. Ne, also ich will nicht runterspringen. Das tut doch weh. Ich habe den Katzenring doch. Ah, kein Problem für mich. So. Was machen die da? Wieso hacken die auf den Baum ein? Sind die blöd? Lass dir einen armen Baum in Ruhe. Der arme Baum. Ja, wären wir wohl da, wo Patches ist, lang gehen müssen, ne? Punky, Funky, danke dir für den Follow. Viel Spaß mit den Emotes, mein Bester. Ey, Patches ist und bleibt einfach ein Sack. Na klar. Na klar. Na klar. Aroba-Schlick. Was ist das denn? Skoppel, kommst du schon im Fallgeist rein? Ja. 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 Soll ich Patches töten? Danke für den Lurk, Bunky. Ein Tipp für die Stelle hier. Scheinbare Wände findest du mit der X-Taste. Oh. Nein. Ja, soll ich dann hier nochmal... Oh, hier komm ich nicht mehr rein. Ja toll, was soll... Ihr wisst doch, wo die scheinbaren Wände sind. Ich... Also, nee. Ich werde hier keine Wände absuchen, wie ein Dulli. Könnt ihr direkt vergessen. Ich werde hier keine Wände absuchen. Pech, was ich nicht finde, finde ich nicht. Dass nicht mehr da nachricht markiert ist oder so... Gibt's für mich auch nicht. So einen Unsinn mach ich hier nicht. Ich lauf hier nicht alle Wände ab und drück X wie ein Verrückter. Das hat nämlich Hanno gemacht. In jedem fucking Raum hat der X wie ein Verrückter gedrückt. So einen Scheiß mach ich nicht. Wenn irgendwas geiles ist, sagt mir... Ansonsten Pech. Ich habe geschrieben, aber du hast nicht geguckt. Ja, ich sehe nicht immer alles, weißt du doch. Ich sehe nicht immer alles. Wieso sind hier so viele gestorben? Schon wieder ein schlechtes Zeichen. Aha, deswegen. Wie viele kommen denn da oben raus? Ist da ein Nest oder was? Ah. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Da ist ja mal. Da ist wieder typisch. Gelbes Kraut. Perfekt. Ist hier hinterher ein Boss? Den holen wir doch weg. Kein Boss. Abkürzung geöffnet. Oh, und hier geht es runter? Will ich hier runter? Oh, da geht es aber tief runter. Ich weiß sowieso gar nicht, wo ich lang will. Jo, ich will da runter. Nee. Turm kommt auch nicht vor, Geist rein. Ja. Cooper kommt rein. Warum auch immer. Der hat bestimmt den, äh... Keine Ahnung. Zum Boss. Alles klar, Geist zum Boss. Zum Boss, zum Boss, zum Boss. Abfahrt. Den Schnetzel ich weg. Oh, das ist die ganze Zeit. Oh, das ist die ganze Zeit. Ach, guck mal hier. Sanftmütiger Pate. Mietklinge Lourdes. Ja, die Mietklinge, die mieten wir. Ach, der... Der kann ja gar nichts. Der kann ja gar nichts. Was ist das für ein... Also... Das müsste ich aber doch mal sagen. Dark Souls 2, das ist ja ultra einfach. Also, die Bosse vor allen Dingen. Du kannst gefühlt alles schießen. Guck mal, der lässt sich einfach die ganze Zeit angreifen. Guck mal, die Mietz. Guck mal, die Mietz. Ihr habt gesiegt. 9000. Na gut, ich bin auch leicht overleveled, glaube ich. Ich bin, glaube ich, auch leicht overleveled. Gibt es hier nichts mehr? Das war es? Oh, hallo Frau Tagtraum. Bist gerade aufgewacht? Hm. Hm. Du hast überleveled mit Zeiffeltonen den ersten Boss besiegt. Geil. Aber der so... Aber da muss er halt sehen, die anderen Bosse, wo ich halt komplett underleveled war, habe ich auch First Try gemacht. Wieso wird immer nur das Schlechte gesehen von euch? Was ist mit dem Drachen, den ich besiegt habe, Oranstein, den ich besiegt habe? Da war ich ja wohl nicht overleveled. Menschenbild-Effekt aufheben? Was ist das denn? Was ist das denn? Jupp, liegt gerade mit Kaffee im Bett und dachte, ich schau mal hier rein. Oh, Kaffee. Ich freue mich jetzt schon wieder morgen früh auf meinen Kaffee. Oh, Kaffee geht in my heart. Tausend Seelen So, 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 so Wir sind schon weit, oder? Wir sind schon richtig weit, oder? Oder? Wo geht's denn überhaupt weiter? Oder kannst du sonst nicht schlafen? Versteh ich nicht 12-0 gewonnen Ja, siehst du, spielst du einmal nicht, Cooper Gewinnt die auch Gibt mehrere Wege Billy, komm, sag mal, wo soll ich lang? Hier wieder weiter Äh, hier wieder runter Runter, runter, runter Beim letzten Bonfire in der Liste Da soll ich weiter, okay Also freust du dich auf den Körper im Frühjahr und jetzt Achso, äh, ja, ich trinke nachmittags keinen Kaffee Weil ich, äh, erstens abends dann nicht gut pennen kann Und zweitens, ähm, hatte ich heute schon zwei Tassen Und ich trinke nicht so viel Kaffee Also Kaffee ist gut, aber ein bis zwei Tassen am Tag reicht mir dann auch Beziehungsweise ich will nicht mehr als ein, zwei, äh, pro Tag Niemands werft Ey, ich sag euch, das kommt mir auch noch bekannt vor hier Ich glaub, das war eine richtige Scheiße hier noch Ich meine mich zu erinnern Mein Tag 7 Ey, immer dieses Scheiß Bogenschützen Ich kill euch Erstens zum Bogenschützen durch Du, lässt mich mal in Ruhe Der muss weg Weg mit dem Da hängt einer dran Da komm ich nicht ran Perfekt Guck mal hier Ey, du Scheißkall, dich tötig Komm her Nee, nee, nee Dich, dich kill ich Wo, wie komm ich da hoch Nee, das ist nicht gut Also Kaffee ist ja, ist ja gut für dich Nachweislich Aber So wie bei allem Hab ich auch schon oft gesagt Die Dosis macht das Gift Und zu viel davon ist nix gut Gar nix gut Das einzige, wovon du nicht zu viel haben kannst Das ist, glaub ich, Wasser Und Gemüse Ich könnte nochmal eine große gebrauchen Du, du blöder Sack Muss weg Ein Liter Boah, ist zu viel Ein ganzer Liter Kaffee ist zu viel Oh, Leute Ist zu viel Dunkles Herz Alter, was macht der denn? Das will ich auch Alter Das will ich auch Übel nice Ist das Gegner? Der heilt mich Der ist ja gut Gut, dein PC Übertrinken Ja, stimmt Aber dann musst du sieben Liter In kürzester Zeit trinken Na, da trinkst du Also zeig mir jemand Der sieben Liter Wasser In kürzester Zeit trinkt Muss ich durchs Wasser? Nee Wie komm ich da hin? Ah, da war irgendwo ne Leit, äh, Brücke Akaludi Danke dir für den Follow Viel Spaß mit den Emotes Wünsche ich dir Bili Wie komm ich da rüber? Da ist ne Brücke Wie krieg ich die runter? Machen wir das Feuer an Da muss man ein Item Das ist nicht eingesammelt Ach guck mal Hier geht's hoch Schon gut Ich weiß Bescheid Oh, hier ist ein Kollege Wer bist du denn? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Und du glaubst Dinge sind besser als.... Normalerweise Menschen halten den sanften shy Diese Maske Was ist für eine Maske? Was ist für dich? Wie Ich nenne Lucatil From the land of Myra to the far east, across the mountain. This Aedrang Lake brimmed with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. You are an odd one indeed. Well, you've made a point. I can see that you are mid-journey. If you require, I come from, don't hesitate. You are an odd one, believe me. I can see that I come, don't hesitate.